Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute gibt es die Review für UFC 263, Nate Diaz, Adesanya, Figueredo, geile Fights, geiles Event. Viel Spaß bei dieser Episode. Lasst vorab aber doch gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Wir sprechen heute über Adesanya vs. Vittori, Figueredo vs. Moreno und ja auch über andere Kämpfe. Denn es gibt Kämpfe, die auf jeden Fall nennenswert sind. Fangen wir mal ganz unten bei den Prelims an. Wir hatten in den Early Prelims ein 7-Sekunden-Knockout. Wir hatten einen Fight zwischen Terence McKinney und Matt Frivola. Matt Frivola kennen wahrscheinlich einige, denn Matt Frivola, der hatte zuletzt gegen Osman Azaitar kämpfen sollen. War der eigentliche Gegner von Azaitar Anfang Januar. Aber der Kampf ist ausgefallen. So, dann hat Terence McKinney jetzt gegen Matt Frivola gekämpft und Matt Frivola ging einfach direkt zu Beginn zu Boden. Die erste Kombination von Terence McKinney, die Frivola getroffen hat, auch die erste, die er überhaupt geschlagen hat, hat Frivola gedroppt. Grounded pound in the hair. Und dann hat er diesen Kampf innerhalb von 7 Sekunden gewonnen. Einfach der absolute Wahnsinn. Terence McKinney hat sich beim Jubeln verletzt scheinbar. Also zumindest sah es demnach aus. Ja, ein solider Sieg. 7-Sekunden-Knockout. Das ist doch etwas ganz Besonderes. Dann hatten wir in der Maincut, der erste Fight in der Maincut, Paul Craig vs. Jamahal Hill. Und das war schwer hinzugucken bei dem Arm von Jamahal Hill, muss man ehrlich sein. Das sah ungesund aus auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz hat der Referee zu spät diesen Kampf abgebrochen. Ich denke, man hat sehr schnell bemerkt, dass Hill nicht mehr da ist. Also dieses Grounded pound von Paul Craig auf dem Rücken, das war notwendig, weil der Referee nicht dazwischen gegangen ist, als Hill sich seinen Arm nicht gebrochen hat. Also ich kann sagen, er hat ihn sich gebrochen. Offiziell hat er ihn sich aber nicht gebrochen. Das wissen wir jetzt. Das wissen wir nach der Post-Fight-Pressekonferenz. Im Fight sah es aber so aus. Er ist nicht dazwischen gegangen, deshalb gab es dieses Grounded pound und dann wurde der Kampf beendet. Aber Hill hat sich da ein paar Treffer einstecken müssen, nachdem sich sein Arm da aufgepoppt hat. Ja, unnötig, aber was soll's. Solider Sieg. Dann hatten wir Leon Edwards vs. Nate Diaz. Schade für Nate. Nate hat jede Runde verloren, außer die letzte Minute des gesamten Kampfes. Nate hatte die Chance, diesen Fight zu finishen. Ja, vielleicht war er müde. Ja, vielleicht wollte er ihn auch nicht finishen. Aber Nate hat einfach nicht die Situation erkannt. Nate Diaz hat nicht erkannt, dass Leon Edwards hier wirklich kurz davor ist, einzuschlafen. Ja, dass er kurz davor ist, in eine andere Dimension genockt zu werden. Und Nate Diaz hat das nicht erkannt. Nate Diaz hat diese Chance dementsprechend auch nicht nutzen können. Und so hat Leon Edwards zu 100.000% verdient diese Decision gewonnen. Diaz hat viel zu wenig gezeigt. Nate Diaz will jetzt in ein paar Monaten zurückkommen. Da bin ich mal gespannt, gegen wen er dann kämpfen wird. Denn klar, sein Top-3-Ticket konnte er sich dieses Mal nicht einlösen, aber vielleicht ein andermal. Nate ist nach wie vor ein Publikumsliebling. Die Leute lieben Nate Diaz. Und ja, er steckt zwar auch Kritik ein. Kritik dafür, dass er diesen Fight nicht beenden konnte, als er definitiv die Möglichkeit hatte. Er steckt Kritik dafür ein, dass er nicht so stark war. Er hat selber gesagt, er hat die Motivation verloren, nachdem er seinen Kampf verschieben musste. Er musste seinen Fight damals wegen einem Cut am Auge verschieben. Und dann war die Motivation weg. Schade. Er will weitermachen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es mit ihm weitergeht. Dann haben wir im Cobain-Event. Brent Moreno versus Davison. Figueredo. Leute, Figueredo. Absolute Nullnummer. Moreno. Flink. Immer auf dem Rücken von Figueredo, sobald er ihn freigemacht hat. Gute Kombinationen. Harte Treffer. Und ich habe noch in der ersten Runde gesagt, Figueredo wird das verlieren. Als ich in der ersten Runde gesehen habe, wie Figueredo kämpft. Das hat mich ein bisschen an Stipe erinnert. Stipe gegen Engano. Stipe war auch im Rückwärtsgang. Stipe hat nichts gemacht. Engano ging nach vorne. Und das war so eine Situation, da hat man auch erkannt, okay, Stipe wird heute verlieren. Und so hat man erkannt, dass Figueredo verlieren wird. Brent Moreno, absolut verdienter neue Champion. Die Halle ist ja komplett ausgerastet. Sehr viele mexikanische Fans. Und das ist ein riesengroßer Markt für die UFC. Leute, die Nummer zwei in den USA, was MMA angeht, ist Combat America. Das ist ein brasilianischer Veranstalter. Der aber auch sehr viele mexikanische Fans in den USA hat. Und jetzt hat die UFC einen mexikanischen Champion für diese Zielgruppe perfekt. Er ist super beliebt. Also Moreno ist super beliebt, super sympathisch. Ein geiler Typ, ein geiler Champion. Geil gekämpft auch. Ich denke, es gibt jetzt die Trilogie. Es steht 1-1. Da machen wir ein 2-1 draus. Und dann dürfen wir gespannt sein. Main Event lief so, wie man es erwartet hatte. Israel Adesanya vs. Marvin Vettori. Vettori hat Adesanya nicht zu Boden bekommen. Adesanya sehr starke Low-Kicks, Leg-Kicks. Vettori hat sich wahrscheinlich vielleicht auch im Stand ein bisschen überschätzt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall war Adesanya definitiv der bessere Striker an dem Abend. Und ich frage mich wirklich, wer soll jetzt noch Adesanya besiegen? Das kann eigentlich nur einer schaffen. Und dieser eine ist auf jeden Fall Robert Whittaker. Ansonsten schafft das keiner. Nur Whittaker kann Adesanya besiegen. Und dann war es das mit dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie fandet ihr UFC 263? Wir sehen uns bei der nächsten Episode am Dienstag. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis dahin. Ciao. Ciao.